Leute, ich habe am Wochenende einen Harry Potter Marathon gemacht. Das war so geil. Was sagt ihr jetzt? Das war voll geil. Das ist fast über den Tag Filmmaterial. Ja, ich habe durchgezogen. Bist du irgendwie komplett wahnsinnig? Ja, ich habe durchgemacht. Ernsthaft, ihr erzählt? Also, ich habe Harry Potter noch nie gesehen. Was? Es ist Harry Potter! Muss man noch nicht gesehen haben. Doch. Das ist ein Klassiker. Ach was. Also, ich freue mich heute auf die Übernachtung in der Schule. Oh ja, das wird nice. Das wird einfach nur legendär. Ich weiß nicht so recht. Ja, ich durfte bisher noch nirgends woanders übernachten. Das interessiert keinen. Es wird geil. Punkt. Aber nicht, dass irgendwas passiert. Ach, was soll denn da passieren? Ja, ich bin sehr ehrlich. Ich durfte noch nie irgendwo anders überdachten von meinen Eltern aus. Nein, Pussy. Ja, aber meint ihr, dass es auch sicher ist? Natürlich. Das ist eine fucking Schule. Ja, ich weiß nicht. Also, du hast Harry Potter noch nie gesehen. Wie kannst du nur? Das ist doch nur ein Film. Das sind die besten fucking Filme. Guck das. Guck das. Guck das. Guck das. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf. Wer fehlt? Zwölf. Alles klar. Alle da. In einer Stunde ist Bettruhe. Bitte denkt dran. Und dann ist wirklich Ruhe. Alles klar? Wollen Sie einen TikTok? Oh, sehr freundlich. Danke. Ja, ich liebe. Danke. Was glaubst du, warum der TikTok dabei hat? Warum hast du eigentlich TikTok dabei? Ich bin momentan so komisch müde geworden. Ich muss dich mal hinsetzen, warte ich mal. Ich bin's. Komm wieder. Vanessa. Vanessa, warum? Die Schramm, du hast dich bewegt. Lena, es ist drei Uhr morgens. Schlaf doch einfach weiter. Ich kann aber nicht mehr schlafen. Egal, weil ich hätte eine Überraschung im Zut gebracht. Extra Futter ab. Jetzt kommt's. Kinder, ich hab einen Hüterhundern gemacht. Nice. Meinst du wirklich, dass es so eine gute Idee ist? Dämonen mitten in der Nacht beschwören und danach noch um 83, bitte nicht. Das ist das Beste, was du tun können. Ich weiß nicht, du recht. Also, ich bin dabei. Also. Weißt du, wie das Video funktioniert? Nein. Egal. Legt einfach euren Finger hier unten drauf und dann geht's los. Okay. Erste Frage. Geist. Bist du hier? Ja, klar. Krass. Okay. Wird Lena je ihre große Liebe finden? Haha. Ja, komm, das sagt ihr ihr. Miese Zeiten, Lena. Ähm, Geist. Wie heißt du? O. L. E. O. E. I. E. Junge. Was ist? Leoni. Leonie? Leonie, ist das nicht das Mädchen, das vermisst wird? Ach Quatsch, was für Mädchen. Was für ein Mist. Draußen hängt ein Flyer mit ihrem Namen drauf und ihrem Bild. Ein Mensch guckt das. Guckt das. Das kann jede Leonie sein. Nächste Frage. Leonie, wo bist du? Was ist das? Was ist das? Du Tueur. Ja, du Tueur. Du Tueur? Ja, du Tueur. Und, surprise, niemand. Leute, guckt mal. Die Schache führen zu mir. Kommt in die Schache. Mir. Wo bleiben die denn? Die sind saulange weg. Ehrlich so, sollen wir mal gucken, wo die sind? Wäre besser so, oder? Ja. Vor allem, ehrlich so. Die Tür geht nicht auf, helft mir mal. Geht die Wischung? Nein. Wir sind hier eingespüren, jetzt? Was machen wir? Jetzt gucken wir mal bis hin. Wir gucken mal bis hin, Wünsler. Wir dürfen die anderen nicht aufsetzen. Wir sind hier eingespüren. Was ist das? Ich bin nicht der Konzert. Vanessa, was macht? Noch eine Schachfigur. Für uns? Und ja, das ist doch kein Zufall mehr. Doch, komm. Ich komme, um euch zu holen. Hallo? Die Tür geht nicht auf! Hallo? Hallo? Schachmatch! Ja? 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 Vielen Dank.